Bisschen den Southpack hier, die geile Folge mit den Rotschöpfen. Der ist so geil. Der Southpack ist das beste, mann. Kennst du die Folge, wo Butters B-Neugierig ist? Wo Butters was ist? B-Neugierig. Achso, B-Neugierig! Ja, echt? Oh, so nice. Einer der geilsten ist aber mit World of Warcraft, das ist die geilste, einer der geilsten. Pfff, das könnte das Ende der Welt of Warcraft bedeuten. Ja, Marco, bist du auch B-Neugierig? Pfff, komm, wir fahren mit dir rein. Ein bisschen B-Neugierig. Hahaha, das ist einfach so geil. Ey, ich hab mich jetzt erschrocken, aber ich mein, der ist im Schacht. Oh, was mach ich, Alter? Der ist im Schacht. Ich hab mich so erschrocken, dass ich mir die Maus weggerissen hab. Marco, ich plantel. Der ist noch immer im Schacht. Cover mich. Der kommt hier. Oh, wie der John hat euch mal so gesehen. Mischung complete. Roger. Der Raucher husten. Bomb has been planted. Idiot vor dem... Ah, ja... Bei mir einer. Der hat sich verbiessert. Der ist nicht mehr hier. Dach ist einer bei uns. Also... B1. Nicht unser Base-Dach, sondern B1. mal. Aber ich hab den... Was war das für ein... Was für eine Reaktion wie ein Stein gerade, Alter. Da, da. Ja der war B2, da ist noch ein B2, der ist genau da wo Markus Leichen liegt. Er will das ich den Aimbot Trick mache. Er schlägt vor, er schlägt vor, er schlägt vor. Ich muss den Fernseher ausmachen, ich bin abgelehnt. Saufpack, Saufpack for the win. Hier ist noch mal der YouTube Saufpack. Kyle Kroslowski. Ja genau, Markus ist eher so ein Keil. Nein, das ist Nülle. War auch in meinem Funny Shit, war es auch Nülle. Marco ist eher so der Eric Cartman. So ein sadistischer Bastard. Kleiner verrückten sadistischer Bastard, das ist eher so Marco. Ich habe ein bisschen zu viel Fault, denn wir schlüpfen. Ja aber, kacke. Boah. Wieso komme ich hier nicht um die Ecke? Nein. Der ist tot, der ist tot. Wer? Nein, der wo Marco jetzt den Schieß hat. Nein, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, der ist tot. Aber ich war so überwältigt von meinen Reflexen, dass ich nicht fertig gesprochen habe. Pfff. Oh. Roger. Copy that. Keep it up. Thank you. SSKM. Selber schuld, kein Mitleid. Oh. Ja hier rechts. Was. Ja da anders auch doch. Nein, nee. Der hat das links vor. Ich hasse die Mitleid. Ah. Fünf LP. Ich will jetzt auch ein bisschen snucken. Was du willst ist irrelevant. Hallo? Hallo. Alter respektet. Jetzt hab ich kassiert. Wo war der? Da hab ich den aimbot wieder ausgepackt. Gott sind die schlecht ey. Wenn ich Deagle hätte, würde ich mit Deagle rushen. Da geht halt alle hoch, ne? Ihr Pederasten, Alter. Da. Schon B1 drin. B2. Einer ist B2 hochgelaufen. Meiner ist Deagle. Alle drin, alle. Hohle ich mir jetzt B2 vom Schacht. Nein. 134. Direkt rechts, wenn man aus dem einen Schacht Eingang rausgeht. Den von Marco. Nice. Er hat das Spiel verlassen. Er hat 06, hat das Spiel auch verlassen. Das Spiel. Da bin ich zur Hiale?